Es gibt verschiedene Spielarten des Staubsaugers. Man kann seinen eigenen Mund als Personanzkörper benutzen. Man kann verschiedene Dinge reinhalten. Man kann andere Dinge reinhalten. Und dann auch eine Menge für mich Händen rechtartiges machen. Und dann auch eine Menge für mich Händen. 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 Und dann auch eine Menge für mich. Und dann auch eine Menge für mich Händen. 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 auch andere Sachen reinhalten, die eigentlich zum Musikmachen benutzt werden. Oder auf. Oder auf. Oder auf. Okay.